Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Livonia Zu zweit Liegt nochmal ne Colt, oh die ist abgenutzt, dann können wir die andere Colt die demoliert oder so war wegschmeißen Guck mal da ist die Weil ich sie noch nicht repariert hab Achso Obwohl ne eigentlich nur die Desert Eagle den Tag Müssen wir dann gucken Ja ich wollt grad sagen Aber geil, aber ich find's doch krass, dass bis jetzt immer alle Reifen dran waren Ja gut, sag mal so, wer baut von seinem Auto einfach Reifen ab? Irgendwelche die es für ihre Autos brauchen Ja, aber in diesem Szenario? Wenn du dein Auto fährst und du hast ein Auto gefunden, was die Reifen hat, dann baust du die ab, ja Eigentlich schon Alter, versuchst du ja ob das noch fährt Wieso, wenn du ein Fahrer das hast? Ja weiß ich, ich würd's trotzdem versuchen, ob das fährt Oder auch alles drin hast und so Ist ja auch egal, ich würd's trotzdem gucken, ob das fährt Sodass du das irgendwie verstecken kannst oder so Für dich persönlich Wirklich später Wow Das ist das bestückteste Haus, was ich jemals gesehen hab Also mit Sachen zu finden 9x19 Munition, aber das ist gut Ich nehm die trockener gleich mit Ich nehm die trockener gleich mit Ne, ist aber krone Achso Alter, warum ist die Tür bei dem Haus hinten, Alter 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 Oh, rote Sneakers Alles ist gut Ich hab die Sneakers aufgehoben Die werden im Wert steigen, wenn ich sie nicht anziehe Die Sneakers Sneakers Das sind gar keine Sneakers, das sind Sneakers Original Sneakers Original Sneakers Ah ne, dann heißt es Was? Weißt du? Ich hieß grad ne Oh Ah ok, ich äh Hab ne CA 75 mit Magazin Ineinander hier von Jetzt ist das Magazin schon wieder in diesem Moment her damit Ich hab das grad auseinander genommen Ich hab das grad auseinander genommen Die CA 75 Ich hab die grad weggeschmissen wieder Achso Mit Magazin Ich hab die Kugeln rausgenommen Weil's dann 9x19 ist Weil ich die brauch und dann hab ich wieder weggeschmissen Vielleicht hast du die grad gefunden Naja gut, ich glaub nicht, dass wir in meiner Nähe bist Ja nöch Wir wissen ja nicht mal wo wir sind Da war noch ne Kräutertinktur auf der Couch davon Ja, ach ja dann bist du wirklich da Wow Ja weil ich halt nicht weiß wo du halt überall warst Dann lauf ich überall Ja da wo Türen offen sind Also alle offen sind Ja Da unten Kombizange bringt mir nischt Schlagring bringt mir nischt Ich lauf grad hoch zu so nem gelben Haus Gelb-Grün Das ist eigentlich ziemlich weit oben auf dem Berg Nehm ich's jetzt mal Es kann mich doch nicht sein Siehst du schon von unten auf jeden Fall Gut, natürlich je nachdem wo du dann stehst Oh, ne Lichterkette Je nachdem natürlich wo du dann stehst Mhm Schalalala Mk2-Magazin, Alter, das fass ich nicht mal mehr an, ne? Schmutz Benutzt Hm Ich trau mich das jetzt mal zu sagen Hm Aber bis jetzt hat's noch nicht geregnet Dann hätt's ja das wär Ich weiß Es hat schon wieder den Anzeige-Bug gehabt Dass es angeblich noch bei 60 ist Ich musste grad mal neu starten in die App Und dann war's aber mal bei 4 Naja Muss ich ein gutes kaufen Ich war Ach du Scheiße Das hat grad geknurrt Oder so gequietscht Ich war I love I love Ach da bist du Wow Verschwinde Verschwinde Nee So jetzt reicht Ach so ja Ciao Ich liebe dich auch Zweieinhalb Stunden später Das waren 4 Folgen Nicht Schlecht Soll ich mal riskieren das Brunnenwasser zu trinken? Ach nee, lass lieber Soll ich vorher eine Aufbereitungspille reinschmeißen? In den Brunnen einfach rein Das weg, ey Eine Pille, alles rein Porenti, ich hab nur noch davon 4 Tabletten Oh Hast du noch Aufbereitungstabletten? Ja, ich glaub auch nicht so viele Ich hab bis jetzt nur einmal was gefunden Achso 10 Also ein Stack Hm Wo bist du? Hast du mich nicht verfolgt? Da wo wir auf den Hof gegangen sind Ach da, da komm Komm mit Ich mach an meine Flaschen, wie gesagt Er ist eine Flasche, hat er grad gesagt Du bist eine Flasche Hat er grad gesagt Wo bist du denn? Ey, wo bist du jetzt? Komm mal wieder dahin, wo du grad standst Ja, ich weiß, ich komme schon Genau Ich sehe dich, du Kick Jetzt lauf er da rüber Das ist ein Schombi Mit Anlauf Ey, siehste, kann man einen angespitzten Stock schmeißen, wie ein Speer Stimmt, wenn du G drückst Das wär cool Weil ein Bogen fehlt ja eigentlich für dich, ne? Das gab's doch damals auch, oder nicht? Äh, wow, er läuft zu dir, pass auf WTF? Ah, schon wieder, Alter Hä, warum blutest du denn instant? Hä, nein, der hat mich getroffen Alter Ja, ich weiß, ich glaube, die haben irgendwas geändert Die treffen mich auch immer Ich kämpfe halt nie mit dem Schmutz Ich kämpfe immer nur mit Äxten Da brauche ich nur leicht hoch und nach links zielen alle One-Hit, die ankommen Oh, Lies, ich habe ein Like gebunden Soll ich fittern mit Lies? Hm, ja Mach mal, weil ich bin gelb Ich weiß nicht mehr, wo du bist Einfach hier in dem Haus hier Nee, nee, immer noch auf dem Feld Wie? So, ich bin jetzt bei dem Haus Ich komme jetzt einfach mal auf die Straße Straße, genau Da musst du nach, genau So Ich fütter dich dabei Hast du ja fein gemacht Ja, ich krieg's Leckerli Ja, fa- Ich guck weg So, du hast die Hälfte Ich esse die Hälfte Du hast die obere Ablagerung bekommen Achso, oh, das Haus da Das da Da war ich noch nicht drin Genau Alter, pack die scheiß Flasche weg Oh, es wird doch bewölkt Oh nein, Alter Man kann keinen Regenschein mehr ausstellen Okay, in Gewächshäusern findet man also immer Essen und Trinken, wie es aussieht Oder halt Samenpäckchen oder sowas Das ist natürlich geil Schöne, große Wassermelone Da unten ist die Feuerwehr Base Alter, ich muss die Straße runterlaufen Fuck, fuck Wir müssen runterlaufen die Straße, das geht nicht anders Ja, warte, lass uns doch erstmal nochmal gucken Die Häuser Die sind über die Türen offen, da waren wir schon Ich geh jetzt an die letzten kleinen Häuschen hier vorne Nein Ich bin drin, ich bin drin Eine schwarze Leuchtfackel? Oder ist die blau? Die ist glaube ich blau Ui, das muss cool aussehen Geil, anfangs warst du aus der Bomberjacke und den Hubsack Ja, ach ne, ist so Wow, warum hab ich das Messer jetzt schon wieder hier Mein Messer ist bald im Arsch Beschädigt So Schlimm ist, wenn ich die Axt hab, ne Dann muss ich Es fängt wirklich hier noch einen Blick wieder an zu regnen Alter, ist das dumm Vielleicht bleibt es ja auch so Hä, wo denn? Genau in die Richtung Ah, ja, ist die Serena auf dem Dach Ja, weil mich Äh, du weißt, wo das Auto steht, ne? Ja, deswegen wollte ich eigentlich mit dem Auto hier runterfahren Wenigstens hier vorne hin Also irgendwo hinter uns steht's Ja, ganz schön Na ja, im Dorf auf jeden Fall anfangen, aber Oh nein Was denn? Selter Ui, cool Ich meine... Blaues Cool Ich geh mal da unten in den kleinen Markt rein Unten links So Alter, schon wieder Essen gefunden, Junge Die App bei Marmelade schmeiß ich mir direkt hinter die Gele Oh, beide 100%? Ja, tatsächlich Ähm Boah, ich dachte schon, hier steht dein Auto Ne, das wär komisch Das wär wirklich komisch Dann... Weiß ich auch nicht, ja Dann hätt ich mir jetzt echt an den Kopf gefasst Neue Flagge mit neuem Bild Irgendein komischer Drache ist drauf Oh, bist du in der Garagen? Nein, unten in dem kleinen Markt Links drinnen PO-Visier Nochmal die Polizeiflagge Ja Was? Nochmal brasilianische Flagge, glaub ich Aha Und was geiles Was geiles Du hast endlich mal einen Steifen bekommen Das klackert sogar, wenn man das trägt beim Laufen Bist du bei den Garagen? Ja Bleib mal an einer drinnen, ich will mal's ausprobieren Nein, nicht dein Ernst Wow Ich hab ne Bärenfalle Okay, das ist krass Das ist krass So wie viel Platz nimmt das Ding weg Ach du Scheiß Ja, wollt ich grad sagen Save so viel wie fast ein Zelt, nur ein bisschen kürzer Ja, ja, ja genau Zwei, zwei Dinger weniger Ja Von links nach rechts von der Länge her Alter Schwede Alter ist das geil Endlich Bären fahren Mein Leben hat wieder einen Sinn, Alter Jetzt PvP, mein Leben wär glücklich Ringsrum um the Base Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren Ja gut, klar Dieser Bären würde ich erst dann machen, wenn ich wenigstens noch ein bisschen was habe Tommy? Ja Ich glaub ich kann einmal zuhauen, dann war's das Hä? Achso Einmal müssen wir wirklich mal das Auto holen Ja, dann wollen wir erst zurück gehen oder wollen wir jetzt hier erstmal looten? Oh, hier ist eine Polizeistation, lass mal da noch hin Ey, warte mal Äh Wir können das Zelt kurz aufbauen, oder? Einfach alles reinpacken Oder in das Fass kurz Hatte ich nicht ein Küchenmesser gefunden? Ah, hab ich bestimmt liegen lassen Brauchst du seins? Wieso? Nee, für dich Dass du was hast, wenn seins das gleich kaputt ist Nein, nein, das Es regnet ernsthaft Das Küchenmesser ist gleich kaputt, ich lauf doch mit der Machete um Achso Küchenmesser nehme ich nur so zum Arbeiten Kabeltrommel, geil Es regnet ernsthaft, Alter Ja Es ist so dumm Ich verstehe das auch nicht Ich habe mir extra sogar Oh, noch ein Zelt da WTF Ich habe keinen Platz mehr Bau das auf, dann packen wir da jetzt alles rein Ja Es ist echt lächerlich, also geil, aber echt lächerlich Warte, dann baue ich hier meins auf, ja Nee, warte, ich habe schon hier Achso, du hast da auch eins Ja, das habe ich gerade gefunden Pack mal gleich rein die ganzen Zelte Nee, ich wusste halt nur nicht, dass du hier bist Ich dachte, du bist auch da oben Achso Hä? So, und siehst doch gleich mal die geilen neuen Flaggen Hä? Was dann? Sag jetzt nicht, kommst nicht rein Ach doch, jetzt kam ich nicht Da sind die... Ah, alter Schwede Da sind die Schuhe Da ist... Bärenfall Und hier ist nochmal ACP-Munition Ach, das hält dich schon wieder voll Jep Scheiße So, du kannst hier noch was rausnehmen, wenn du willst Achso Habe ich dir auch hingelegt, den trockenen Sarg Ich bin gerade schon beim Bullenhaus Achso Oh, meine Pumpgun Für Chick Chick Und nochmal einer Ist die makellos? Die ist makellos Und die? Auch Die nehme ich mit Für jene, ne? Stichschutzweste Ach ja, der hat ja gar keinen Platz So, das Zelt ist 150 von 150 voll Nicht schlecht Warte mal, hier war jetzt Oh fuck War hier schon mal drin, oder? Bin ich direkt... Achso, ne, ich bin... Ah, Sportler-Magazin Da war LR-Scheiße drin, ne? Ja, weg damit Chubby-Charp-Charp Was ist Chubby-Charp-Charp? Hast du noch zwei Zelt aufgehoben? Nee Mach ich aber gleich Ja, okay Baust aber direkt daneben am besten dann auf Ja Oh, ballistische Klingeling Ich will mal eben weg Ja, ich hab's gehört Ja, ich hab's gehört Joa Jetzt Willkommen zurück zu Teil... Ne, nicht Teil 1 Äh, alleine Hahaha Ja, nein, bei ihm hat's grad geklingelt Der ist kurz weg Habt ihr ja gehört, ihr seid ja nicht blind Gut Oh, ne Zucchini Geil Oh, ne Nagelkiste Geil Oh, das war's Oh, das war's Oh, wow Hier stehen ernsthaft zwei Brunnen Cool Cool Das ist jetzt very nice Das ist jetzt very nice Kann man das sagen FFY und so Nicht schlecht Ne, aber Auch nicht schlecht Warte was Ja I don't care Ach ja, ich weiß ja, ob wir das schon gesagt haben Unser Topf ist despawned Also es ist weg Nur, dass ihr Bescheid wisst Was so alles passiert ist Aber der ist einfach auf Weiß ich nicht Server hat sich komplett aufgehangen Und dann war alles weg Und doch das so nö Oh Wir haben unser Auto jetzt ganz schön im Stich gelassen Ja Unser Auto ist uns böse Das juckt uns aber nicht Solange es nicht despawned Oh, ich muss mal meinen Stuhl festmachen, so So, siehst du ja Jetzt würde ich gerne auf den Knopf drücken, dass mein Schreibtisch hochfährt Dass ich schön weiterspielen kann im Stehen Jetzt bin ich hier wieder so richtig geknickt und spiele so Oh Gott, das ist eklig Nicht schlecht Du kannst dir doch einfach ein Loch graben, wo du dich reinstellen kannst Du auch nicht Also Habe ich schon, der Nachbar unten Oder unter mir Der Laden Der hat sich aufgeregt dabei Du kannst doch gleich eine Maniküre machen, oder nicht? Wenn sie schon mal oben durch die Decke bei denen gucken Alter Schwede Eine Maniküre? Jaaaa Hey, das kennert Er drückt Ey, siehst du? Wenn es drückt Einfach runterkleckern Alter Einfach runterkleckern Einfach runterkleckern Einfach runterkleckern Nicht schlecht Hey, hier waren gerade noch zwei Zug da Ich bin jetzt auf jeden Fall schon bei der Feuerwehr Base Ja, ich habe keine Ahnung wo ich bin Nicht schlecht Ich sage mal so Wenn das Auto Wenn wir es jetzt wirklich so Nicht wiederfinden Dann habe ich immer noch das Video Also Völlig egal Das ist eigentlich nie Ne, warte mal Völlig egal Das ist eigentlich immer Noch mehr Multivitamin Alter Ich stapel jetzt hier nur noch und dann ist gut Ich lasse jetzt 23 hier liegen Hm Doch nicht, kann ich irgendwie nicht Wenn ich schon so lieb Ja, wenn ich schon so lieb Dann kann ich da noch stapeln Ja, nee, ich nehme so Achso, ja, stimmt An dich habe ich gar nicht gedacht Dass du ja auch noch mit dem Spiegel bist Wer bist du überhaupt? Der hat zumindest gerade eiskalt nach oben geflogen Als er gestorben ist Ja, der hat sich erschrocken Wie die schreckhafte Tablete Erschrocken Paprika Da fresse ich auch direkt auf Oh Zucchini, glaube ich Liegt hier ver... Verschimmelt, glaube ich nicht Ich glaube auch getrocknet Ich habe... Ich habe... Ah, ich habe die Zucchini gefunden Im Lader Nicht schlecht Boah Alter, die Zucchini würde ich tatsächlich nicht mehr essen Also im Reel Die ist auch platt Wie so eine Flunder Ist ja auch nur ein Bildchen Oh nein Boah, ich bin gerade an der Wand Irgendwie hängen geblieben Hatte aber die ganze Zeit Diese... Diesen Fall... Fallanimation Ja 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 Das kenne ich Ach ja Alter Auf einem anderen Server finden wir auch keine 357er Munition Und hier wie Sand am Meer Ja Und ich habe Schluck auf Dann schluck ihn runter Verstehe ich, wartet nicht Oh... Er mal wieder richtig ruhig hinsetzen Richtig hinsetzen Richtig hinsetzen Oh... Äh... Vielen Dank für's Zuschauen und mich gib doch noch um und schreib den Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat Tschüüüüss Und jetzt lasst uns